Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas-Schmidt-Konzbarer-Tobi. Heute am 14.12.2022 aus dem tiefer schneiden Feuchel. Heute Morgen hatte ich ja schon eine Live-Schaltung, wo ich euch den schönen Schneefall gezeigt habe und jetzt hat sich noch mehr Schnee. Meine Frau sagt, ich soll hier meinen Schwenk nach rechts machen, dass wir hier mal sehen können, dass auch sogar das Wasser zugeschneit ist. Die vereisten Flecken habe ich euch ja schon in einem anderen Film gezeigt. Ich weiß aber nicht, welcher Film jetzt dann in welcher Reihenfolge kommt. Vielleicht kommen da andere Filme erst dann später, weil wir wollen heute auf den Weihnachtsmarkt gehen, das wunderschöne Wetter nutzen und den werde ich wahrscheinlich dann etwas früher online stellen. Ja, und ihr dürft uns heute auf unserem Weg zum Weihnachtsmarkt und was da alles Schönes zu sehen gibt, begleiten. Ja, heute ist alles so richtig schön verschneit. Das sieht doch schon mal schön aus. Ach, ist das schön. Ja, ich weiß ja nicht. So, mit Schnee sieht das doch gleich alles noch viel schöner aus. Und jetzt gönnen wir uns wieder einen heißen Pflaumenbein gleich. Wir haben sogar einen Katzenschein und gerade haben wir noch zwei Pflaumenbeine zusammengetrunken. Ach, ein Verschneiderbaum. Da kann man mal richtig filmen. Die Menschenschalen kommen erst noch. Und ein schöner Weihnachtsbaum. Jetzt gehen wir noch mal zum Kinderkarosse. Jetzt ist sogar die Brücke bei uns abgebildet. Aber Rehlein grasen da schon lange nicht mehr. Ach, sieht es romantisch aus. Tschüss. Ja, das war es dann schon wieder heute mit unserem schönen Wachgang zum Weihnachtsmarkt. War ja heute herrlich mit dem Schneefall und dem Schnee. So stellt man sich ja auch einen Weihnachtsmarkt vor. Ja, wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten und verabschiede mich für heute von euch. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal. bei Thomas Schmidt-Konz Marathon. Auf Wiedersehen. Ja. Untertitelung. BR 2018